Der Kryptomarkt ist für seine Aufs und Abs ziemlich bekannt und es passiert gerade was und diese Veränderung möchte ich dir nicht vorenthalten. Das ist ganz wichtig, wir sollten uns das definitiv gemeinsam anschauen. Im heutigen Video werden wir nämlich über das Projekt StepApp sprechen. Es ist ein Move-to-earn-Projekt wie jedes andere, aber ich habe in der Vergangenheit auch schon oft über StepApp gesprochen, habe aber nie so richtig den Unique Selling Proposition gesehen, also ein Alleinstellungsmerkmal. Und laut den einzelnen Daten, die wir jetzt bekommen haben, glaube ich schon, dass die eine oder andere USP auch mit einhergehen könnte und wirklich auch eine Konkurrenz für Steppen auch darstellen könnte. Wie immer möchte ich das Ganze hier auf Augenhöhe behandeln. Ich bin kein Fanboy, weder von Steppen, weder von StepApp. Ich versuche das Ganze in diesem Wirrwarr und in diesem Chaos ein Muster zu finden und ich glaube, ich habe da was gefunden. Mein Name ist Hugo und ich betreue diesen YouTube-Kanal Kryptosphäre und würde mich natürlich freuen, vorausgesetzt dir gefällt dieser Content hier, dass du mir auch ein Abo bzw. auch ein Like dalassen könntest. Ich würde mal sagen, wir steigen in die KPIs einfach mal ein und schauen, welche Muster und Bewegungen wir auch sehen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich beobachte diesen Chart hier seit langem. Und das sind nämlich alle Move-to-Earn-Projekte im, ja, fast zu 99% im Kryptospace. Und ich habe immer mal StepApp beobachtet und da hat sich nämlich was getan über die letzten vier Tage. Was mir aber heute Morgen besonders aufgefallen ist, ist, dass StepApp immer mal wieder auf Platz 3 und 4 im kompletten Ranking der Move-to-Earn-Projekte gelegen hat in der Marktkapitalisierung. Und letzte Nacht hat sich was getan, Freunde. Und zwar ist StepApp jetzt in der Marktkapitalisierung auf Platz Nummero 2 mit 32,99 Millionen US-Dollar. Natürlich, ja, ist Platz 1 hier unschlagbar mit 617 Millionen US-Dollar mit Steppen, was ich krass finde. Aber dennoch bedeutet das nicht, nur weil es ein Steppen gibt, heißt es nicht zwangsläufig, dass in diesem Business der Winner wirklich alles bekommt. Man kann sich natürlich diese Nische auch mit anderen Partnern auch teilen. Aber wichtig ist natürlich, wo ist der USP? Und das werden wir nämlich auch besprechen. Für die Leute, die jetzt keine Ahnung von USP haben, kurzer Crashkurs in Marketing. USP ist der Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal bei einem Unternehmen, bei einer Marke. Ein Alleinstellungsmerkmal kann man natürlich produktbezogen oder auch dienstleistungsbezogen auch bekommen. Und ein Alleinstellungsmerkmal ist natürlich auch in Bezug auf Wettbewerb sehr, sehr wichtig und auch essentiell. Und das dazu. Aber gucken wir uns mal an, was ich noch gesehen habe, ist, dass tatsächlich das Volumen, der den Marktkapitalisierungswert von Steppen übersteigt. Wir haben nämlich in den letzten 24 Stunden ein Volumen von 41 Millionen US-Dollar generieren können. Aber eins muss ich an dieser Stelle sagen, es passiert häufiger mal, nicht überall, aber es passiert schon mal, dass ein Volumen eine Marktkapitalisierung übersteigt. Was aber jetzt kein eindeutiger Indikator dafür sein sollte, dass dieses Projekt erfolgreich ist oder dass die Marktkapitalisierung auch der 41 Millionen Grenze auch annähern könnte. Natürlich kann man schlussfolgend sagen, dass diese Marktkapitalisierung unterbewertet ist, weil einfach das Volumen aus Sicht der KPI viel, viel höher ist. Aber genug diepe KPIs. Wir schauen und springen einmal auf den Preis. Was hat sich eigentlich in den letzten vier Tagen zugetragen? Das ist auch nämlich ein spannender Punkt. Und zwar vor vier Tagen war der Preis bei gerade mal 7 Cent und jetzt bewegt sich der Preis bei 13 Cent. Also fast eine Verdopplung des Preises in den letzten vier Tagen. Und da wir jetzt sehen, dass das Volumen zusätzlich zum Preisanstieg angestiegen ist, können wir davon ausgehen, dass dieses Volumen auch in den nächsten Tagen auch beibehalten wird. Und ich vermute auch, dass der Preis auch in den nächsten Tagen weiter steigen wird. Und dafür gibt es irgendwie einen kausalen Zusammenhang, den ich mit dir auch in diesem Video einfach mal mitgeben wollen würde. Wir steigen aber einfach mal auf den ausschlaggebenden Punkt, warum der Preis jetzt in den letzten vier Tagen stetig gestiegen ist, ist nämlich Usain Bolt. Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt, aber nicht der schnellste Mann, wenn es um Essen geht, denn da bin ich der King. In dem Punkt gibt es eine Kooperation mit Usain Bolt und es ist quasi ein Influencer. Natürlich wurde dieser Influencer für seine Message bezahlt. Ich glaube nicht, dass Usain Bolt das Ganze freiwillig gemacht hat. Und Usain Bolt ist auch eine Persönlichkeit, die auf der Welt auch bekannt ist. Das müssen wir so auch festhalten. Und er ist das offizielle Gesicht hinter StepApp, was zu dem Preisanstieg begründet werden kann. Und wo man sagen kann, ja, dieser Preisanstieg lässt sich zurückführen auf eine Kooperation mit Usain Bolt. Und das finde ich auch krass. So, kurz zu meiner Auffassung. Ich halte wenig von Kooperation. Warum eigentlich? Ich finde, eine Kooperation kann natürlich gut sein, ja. Aber viele, viele Projekte versuchen in einer Wachstumsphase auch mit möglichst vielen Influencern eine Kooperation einzugehen, um eine möglichst hohe Reichweite zu generieren. Und in dieser Phase kommt es häufig vor, dass der Preis natürlich to the moon geht. Aber wenn die Kooperation, ich sage mal, abflacht, dann ist oftmals zu bemerken, dass der Preis wieder abnimmt und auch das Volumen wieder abnimmt und so ein bisschen der Hype sich in Luft auflöst. Also es ist definitiv eine Hype-Phase. Und deswegen auch ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn ihr ein Investment auch tätigen wollt, setzt nur das ein, Leute, was ihr verlieren könnt. Und ich prophezeie das immer wieder, weil das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Investments ist, dass man nur das einsetzen sollte, was man bereit ist auch zu verlieren. Wenn du jetzt sagst, ich muss meine Miete zahlen und du willst trotzdem da investieren, mach es lieber nicht. Dann bereust du es. Und zwar müssen wir verstehen, dass Step-Up aktuell noch in der Proof-of-Concept-Phase ist. Was ist das Ganze eigentlich? Eine Proof-of-Concept-Phase ist eine Phase, ein Abschnitt im Produktlebenszyklus, wo noch nicht so richtig das Konzept hinterlegt ist. Also das Konzept kann womöglich stehen, aber die einzelnen Produkte sind noch nicht gelauncht. Also in unserem Fall brauchen wir, damit ein Move-to-earn-Projekt funktioniert, erstmal eine App, ja, überhaupt eine Möglichkeit, womit wir interagieren können. Und mittlerweile gibt es noch keine App. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Projekt immer noch in der Proof-of-Concept-Phase ist, weil es einfach nur das Konzept steht, aber noch nicht so richtig die funktionierende Hard- oder auch Software an dieser Stelle. Und in dem Punkt gibt es aber eine Sache, die natürlich als Unterschied zu Steppen auch gesehen werden kann. Und zwar ist das Staking. Das Staking funktioniert an dieser Stelle wie folgt. Wir müssen einen Betrag X investieren, ja, also egal wie viel, aber es muss halt FitFi-Token aufgekauft werden und das investiert werden. Damit nimmst du an diesem Staking-Pool auch teil. Und in dem Pool werden alle 10 Tage ein Snapshot gemacht und dann werden die einzelnen NFTs, die ja noch nicht handelbar sind, noch nicht nutzbar sind, werden trotzdem in Form von Airdrops, also sie nennen das hier Lootbox, auch an die einzelnen Stakern her ausgeschüttet. So, das ist eine Lotterie. Das müssen wir so festhalten. Und es ist entscheidend, wie viele Drop-Tickets du bekommst. Umso mehr du stakest, umso mehr Drop-Tickets bekommst du am Tag. Bei mir sind es 50. Ich habe auch 5.000 FitFi-Token gestaked, damit ich überhaupt einen Platz in der Whitelist auch bekomme, weil das war mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und in dem Punkt gibt es nämlich jetzt auch einen Zusammenhang. Wenn es dieses Staking nicht geben würde, würde auch die Marktkapitalisierung an dieser Stelle abnehmen, weil die Leute, gehe ich jetzt mal davon aus, ja, das ist auch meine Annahme, die Leute kaufen sich FitFi-Token und nehmen diese Token und bringen das hinüber zum Staking-Pool. Und wenn du deine Token gestaked hast, kannst du sie abführen, also das ist nicht fest gebunden, wie bei anderen Staking-Protokollen. Und nur mal als Beispiel an dieser Stelle. Nehmen wir mal an, du hast gestern 5.000 FitFi-Token investiert. Am nächsten Tag sagst du, ey, ich möchte mein Geld wieder raushaben. Geht es. Dein Geld ist hier nicht fest gebunden, so wie andere Finanzprotokolle oder Staking-Protokolle. Aber es gibt eine Strafgebühr und auch eine Bedingung, die du einhalten musst. Und zwar musst du mindestens 14 Tage lang deinen Einsatz gestaked lassen. Und wenn du innerhalb dieser 14 Tage dein Geld wieder rausziehen willst, musst du eine Strafgebühr von 16% bezahlen. Leute, das ist nämlich sehr, sehr heftig. Das heißt, wenn du 1.000 Dollar investiert hast und am nächsten Tag das Geld wieder abziehen möchtest, musst du damit rechnen, dass du 16% weniger Geld zurückbekommst. Und was nämlich krass ist. So, meine Annahme dahingehend ist wie folgt. Die Leute nehmen und kaufen sich natürlich die FitFi-Token auf, um das Ganze zu staken, um ihre Chance auf Drop-Tickets oder auf Lootboxen zu erhöhen. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen erstmal der Preis stabil bleiben sollte. Und erst nach 14 Tagen kann es sein, dass es hier zu einem Preisabfall kommt. Und wie gesagt, ich bin auch kein Freund davon, Kooperationen mit bekannten Influencern auch einzugehen. Und wir müssen natürlich auch diese Sachlage akzeptieren, dass diese Situation und die Herangehensweise im Business von Krypto gang und gäbe ist. Dennoch halte ich eigentlich viel, viel mehr davon, dass ein Projekt organisch wächst, als wenn man zusammenarbeitet mit Influencern, das Ganze eine gekünstelte Reichweite generiert durch einen bezahlten Tweet oder Video, whatever. Und Freunde, bevor ich es vergesse, es gibt nämlich zwei Arten von Token. Einmal den Governance-Token, den Fit-Fi-Token und einmal den Utility-Token K-C-A-L. Und du hast nämlich die Möglichkeit, wenn du meinen Link in der Beschreibung nutzt, dass du jeden Tag fünf Token for free auf deine Wallet bekommst. Es wird quasi vorgespeichert. Es ist aber noch nicht in deiner Wallet einsehbar, weil es nicht handelbar ist. Und wenn das Ganze zum Start hin released wird und auch diese gesammelten Token auch ausgeschüttet werden, kannst du nämlich diese Token direkt in deiner Wallet sehen. Also es ist auf jeden Fall free money und nutze gerne den Link unten in meiner Videobeschreibung. Und darüber bekommst du nämlich fünf Token jeden Tag for free. Und du bekommst selber, glaube ich, auch nochmal fünf Token on top drauf. Also zehn oder acht Token, ich weiß nicht so ganz, aber auf jeden Fall mehr als fünf so. Und keiner weiß so richtig, wie wertvoll dieser Utility-Token sein kann. Kann natürlich ein Cent wert sein, kann zehn Cent wert sein, kann aber auch ein Dollar wert sein, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass am Anfang, bevor oder wenn das Ganze überhaupt zum Start geht, dass viele Leute diesen Utility-Token aufkaufen, um ihre Sneaker zu leveln, um zu minden. Also all die gleichen Spielereien haben werden wie über Steppen. So, und wir kommen nämlich zu diesem einen Punkt, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich versuche wirklich jetzt nicht von Steppen irgendwie abzuwandern, auf Stepp-App überzugehen, sondern ich versuche das Ganze auf Augenhöhe mit dir zu kommunizieren. Und zwar gibt es tatsächlich einen USP, was Steppen nicht hat, was aber Stepp-App hat. Und das könnte auch einen Game-Changer auch darstellen. Schauen wir uns mal an, was ist eigentlich geplant. Und zwar hat Stepp-App geplant, dass sie ihre eigene Blockchain am 15. August im Mainnet live nehmen wollen. Und das ist nämlich eine krasse, krasse Sache. Die Gasgebühren, die natürlich in einer Blockchain anfallen, werden mittels Fit-Fight-Token bezahlt. So, aktuell ist Stepp-App über die Avalanche-Chain, ja, beheimatet. Und wenn nämlich am 15. August die eigene Blockchain entwickelt wird, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Side-Chain zu Avalanche sein wird oder ob es eine komplett eigene Blockchain sein wird, aber Stepp-App meinte nämlich, die Gasgebühren werden in Fit-Fight bezahlt. Und ich glaube schon, dass sie da ihre eigene Blockchain entwickeln wollen, möchten. Und es ist auf jeden Fall eine leichte Sache, in der heutigen Informationszeitalter mit GitHub und auch Open-Source-Quellcodes eine eigene Blockchain zu erstellen. Keine Frage, man muss natürlich die ein oder anderen Änderungen auch durchführen und ein pfiffiger Programmierer im Bereich Solidity oder wie auch immer kann das Ganze in wenigen Monaten oder Wochen aufsetzen, je nachdem, wie stark das Team ist. Aber halten wir das mal im Hinterkopf, ja, also Stepp-App wird eine eigene Blockchain haben, mit ihren eigenen Gasgebühren haben. Sie werden auch einen eigenen, ja, ich sage mal, einen Scan-Bereich haben, so wie Binance Smart-Chain-Scan oder Avalanche-Scan. Also ein Explorer, wo du deine eigenen Transaktionen auch nachvollziehen kannst und die Historie ja auch wiedergegeben wird, was ich sehr, sehr krass finde. Und das, liebe Leute, ist nämlich der Unterschied, dann auch zu Steppen, weil Steppen bedient sich von bereits existierenden Blockchains. Sei es die Solana-Chain, sei es die Binance Smart-Chain oder auch die Ethereum-Chain, die jetzt neu hinzugekommen ist. Und in dem Punkt muss ich natürlich eine Sache sagen und ich habe auch mir das Protokoll einmal aufgerufen, über Stepp.network kannst du die ersten Netzwerke sehen. Und gucken wir nämlich da mal rein. Mittlerweile hat das Ganze nicht so eine krasse Aussagekraft, ja. Also wir sehen hier nur die ersten Informationen über Stepp.network, wie das Ganze zu beurteilen ist. Aber was wirklich spannend ist, ist dieser Punkt hier, die Anwendungsfälle, ja. Welche Anwendungsfälle hat man in dem Bereich? Also wenn Stepp.net jetzt ihre eigene Blockchain launchen wird, dann wird es zwangsläufig nicht nur ein Move-to-Earn-Projekt werden, sondern eine eigenständige Blockchain mit eigenständigen Anwendungsfällen. Und diese Anwendungsfälle gucken wir uns einmal an. Und zwar sagen sie hier, welche Anwendungsfälle hinzukommen könnten. Und zwar globale Musik-Lifestyle-Marken könnten sich der Blockchain anschließen. Da nehme ich natürlich Audios mit rein oder auch wirklich Lifestyle-Krypto-Projekte, die natürlich ihren Kunden auch ein Lifestyle-Erlebnis auch anbieten wollen. Ich habe mittlerweile nicht so viele Informationen, wie die konkreten Anwendungsfälle eigentlich ausschauen. Aber meine Vorstellung wäre wie folgt. Nehmen wir mal an, es nehmen 100 Millionen Leute oder 10 Millionen Leute am Netzwerk von Stepp.app teil. Ja, jeder ist draußen, läuft, joggt oder rennt, wie auch immer. Und man kann sich natürlich, wenn eine eigene Blockchain da ist, kann man die einzelnen Ergebnisse miteinander in einer Art Historie oder Leaderboard abbilden. Und somit könnte man sich eigentlich mit seinen Lieblingssportlern auch messen, was ich sehr, sehr krass finde. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit dahingehend auch einhergeht, weil es natürlich eine ganz andere Dimension darstellt. Wenn ich jetzt laufe und ich habe gerade einen spitzen Run gemacht und bin vielleicht schneller als Usain Bolt als Beispiel, das könnte man natürlich via Blockchain auch abbilden. So, der zweite Anwendungsfall ist natürlich Wellness-Apps. Also die Bewegung belohnt werden. Dazu zähle ich natürlich Stepp.app mit rein. Könnte aber auch so sein, dass viele andere Move-to-Earn-Projekte ein bestehendes Netzwerk, ja, was Stepp.app aufbaut, auch nutzen könnte. Weil wir müssen eine Sache für uns interpretieren, Leute. Die Solana-Chain, die Avalanche-Chain und auch die Binance-Smart-Chain oder auch die Ethereum-Chain, all diese Krypto-Projekte, ja, die aktuell unterschiedliche Ziele verfolgen, sind nicht auf Move-to-Earn ausgelegt. Und Stepp.app könnte natürlich mit seiner eigenen Blockchain das Move-to-Earn freundlich gestalten. Und dann wäre nämlich die Blockchain die bessere Blockchain, wenn es um die Wahl der Beheimatung geht, wo eigentlich ein Projekt angesiedelt werden sollte. Was ich auch sehr, sehr krass finde, ist, dass ein Explorer von On-Chain-Daten hier mit eingeführt wird, also ein Step-Scan, sodass du auch deine einzelnen Transaktionen nachvollziehen kannst, so wie wir das über Ethereum oder auch Binance-Smart-Chain oder Solana kennen. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass eine Exchange auch eingeführt wird, also ein fair eingeführtes AMM, also ein Automatic Market Maker Dex für das Ökosystem, sodass auch neue Projekte sich ansiedeln können und zusätzlich auch eine Dex geschaffen wird, also zu Binance-Smart-Chain ist das Pendant-Pancake-Swap, zu Solana ist es, ja, Orca und auch zu Ethereum ist es ja Uniswap. Dann wäre nämlich auf Stepp.app das Pendant eben Stepp.ex, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und das letzte Projekt, es kann natürlich so sein, dass, gut, sie schreiben das hier, ja, erstellt ein eigenes Projekt. Das heißt, wenn ich mein eigenes Move-to-Earn-Projekt habe und auf der Suche nach einer Blockchain bin, kann ich mich natürlich auch dahingehend auch für diese Blockchain auch qualifizieren und auch auf dieser Blockchain ein Move-to-Earn-Projekt aufbauen. Und das wiederum wäre nämlich ein USP gegenüber Steppen, weil Steppen hat keine eigene Blockchain. Ich weiß halt auch gar nicht, ob in der Zukunft eine eigene Blockchain bekannt ist. Sie wollen natürlich ihre Marktanteile auf bestehenden Blockchains ausweiten, was auch okay ist. Aber in dem Punkt wäre nämlich die Nische, jetzt die Stepp.app jetzt verfolgt, auch eine eigene Blockchain zu entwickeln. Das wiederum setzt einzelne Anwendungsfelder wieder frei oder Anwendungsgebiete wieder frei, die Steppen nicht hat. Und das könnte natürlich auf kurz oder lang dazu führen, dass Steppen mit Stepp.app auch auf Augenhöhe mit konkurrieren könnte. Bin natürlich gespannt, wo der Weg hier auch hingehen sollte oder könnte. Werd auf jeden Fall dieses Projekt nach wie vor auch verfolgen. Ich selber bin auch investiert. Das muss ich auch fairerweise an dieser Stelle sagen. Und in diesem Punkt wünsche ich allen da draußen einen guten Run. Habt Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.